... ... ... ... ... Oh ja, das Krokodil da hinten. Oh ja, das Krokodil da hinten. Also die Lok. Seht ihr aber auch aus. Ja, das passt schon, wie war ich gerade da oben? Ja. Und da sitzt ja der Wachschuppen, wo die drinnen sind. Die Schrebergärten. Und da sitzt ja alles Bundespolizei. Ja. Fiat. Ja, aber da scheint die nach und nach in Betrieb zu sein. Weil die Geissignale, siehst du auch, leuchten. Er davon hat es sich gemütlich gemacht. Oder so ausgerutscht. Ne, ich glaube der wurde misshandelt. Ja. 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 Ein bisschen mehr wie bei mir. Ja. Mit 700 Meter Gleislänge auf der Anlage. Insgesamt alles zusammen. Ja klar, der Schattenbahnhof hat ja auch noch einige. Ja klar, der Schattenbahnhof hat ja auch noch einige. Oh, um die Gleise zu putzen. Vielen Dank. Ich habe die andere geläuft jetzt. Oder? Nee, dann kommt zwei. Dann ist das drüben die andere. So, dass wir kurz herkommen. Ja, das ist drüben. Ist doch hier, wird's? Ja, doch. Sie kommt aus dem Schattenball auf dem Ort. Ja, das ist drüben. Ja, das ist drüben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017